Ich spreche hier als Mitglied des mächtigsten Organs der Piratenpartei, das ist nämlich die Basis, das ist Hans-Verbot. Hans ist seit Jahrtausenden ein wichtiger Rohstoff für die Menschheit. Ich würde es sogar soweit geben, Hans für die Zivilisation mit dem Feuer zu vergleichen. Leif Eriksen hätte wahrscheinlich ohne Hans nicht Amerika entdeckt, auch hätte 500 Jahre später Christopher Columbus das nicht ohne Hans von sich behaupten können. Aber ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und euch erzählen wie Hans, wie toll Hans ist, das wisst ihr eh. Ich möchte nur darüber reden, wie es bekämpft wird. Und der Kampf gegen die Drogen ist nur ein Aspekt dieses Kampfs. Der Kampf findet nämlich auch und vor allem in der Lobby statt. In den 1940er Jahren hat Henry Ford ein Auto aus Hand gebaut mit einer Karosserie, die widerstandsfähiger und leichter ist, als das Stahl jemals sein kann. Ein Schlag ins Gesicht der Stahlindustrie. Auch die Kunststoffindustrie sieht das überhaupt nicht gern, dass Hans ja so ein toller Rohstoff ist. Soll ich Schluss machen, oder? Hallo, liebe Grünen! Nicht jeden Rünen! Es unterdrückt mich nicht einfach heute. Okay, also, Kupststoffindustrie, Stahlindustrie, Lobbyismus gegen Hans, aber selbst in den konservativen 50er Jahre Amerika, in dem Jeansträger als asozial gehalten, hat es noch nicht ausgereicht, um Hans zu kriminalisieren. Da braucht es mehr, nämlich Richard Nixon. Richard Nixon hat es über die Hanfkriminalisierung geschafft, eine sehr unangenehme Bevölkerungsschicht vom Wahlrecht zu befreien, nämlich die Hippies. Wer nämlich Kriminelle in den USA darf nicht wählen, also machen wir einfach die Hanfraube kriminell und dann können wir schön Krieg machen. Es sind so lustige Sachen passiert. Googelt das bitte. Er hat, es gab Studien, da haben sie Rhesusaffen Gasmasken umgestaltet und sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit Hanfrauch beatmet, um nachzuweisen, dass Hanf Gehirnzellen kürtet. Das haben sie geschafft. Wenn du einem Rhesusaffen 24 Stunden lang nur mit Rauch beatmet, sterben Gehirnzellen ab. Darum ist das Zeug wichtig. Bis in die späten 90er Jahre hat diese Hanfkriminalisierung angehalten. Mittlerweile darf man Nutzhanf wieder anbauen. Allerdings ist es schwierig. Es gibt Serenare für Bauern, die Hanf anbauen wollen, weil sie es nicht mehr wissen. Ihnen fehlen diese Jahrtausende-Altererfahrung. Und was haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir einen Zustand. Ja, womit ist der vergleichbar? Wenn man Hanf mit Feuer vergleicht, dann bleiben wir dabei. Stellt euch eine Elektroheizindustrie vor, die Feuerzeuge und Kaminfeuer illegal haben möchte. Und sie schafft es, indem sie hysterische Eltern instrumentalisiert, um zu zeigen, wie teuflisch doch Feuer ist. Liebe hysterische Eltern, liebt eure Kinder. Redet mit ihnen über eure jeweiligen Probleme. Seid Vertrauenspersonen. Vertraut im Gegensatz auch euren Kindern als selbstständige Menschen. Und ihr werdet es damit sicher nicht schaffen, dass eure Kinder mit Feuerzeugen spielen und sich mal einen Lofen anzünden. Aber ihr werdet es mit Sicherheit verhindern, dass sie in Abhängigkeit und Kriminalität enden. Gemeinde! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!